Die Organisation Architects and Engineers for 9-11 Truths fordert zusammen mit über 2000 Architekten und Bauingenieuren in einer Petition vom US-Kongress eine neue und unabhängige Untersuchung der Ereignisse des 11. September 2001. Anlässlich des 13. Jahrestages der Ereignisse vom 11. September mietete die Gruppe jetzt eine der meistbeachtetsten Werbeflächen in New York. Es handelt sich um eine digitale Werbefläche an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen in Manhattan. Noch bis Mitte Oktober wird hier eine Animation des Zusammenbruchs des dritten Turms des World Trade Center Komplexes am Nachmittag des 11. September 2001 gezeigt. Das Projekt wurde finanziert durch Spenden von Unterstützern von Architects and Engineers von 9-11 Truths. Untertitelung des ZDF für funk, 2017